Hier einige Leute von unseren Kadern, Spielerinnen und Spielern. Ihr könnt gerne schon mal auf die Bühne kommen. Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich weiß gar nicht, ob einige von euch noch das alte Fangclub-Weihnachtsfeierformat kennen. So auf jeden Fall. Was wir jetzt gleich machen werden, also wir werden jetzt hier nicht noch einen weiteren Talk machen, erstmal auch schön, dass ihr alle da seid, das freut mich sehr, sondern wir werden euch in zwei Ergriffchen aufteamen und dann werden wir euch in verschiedene Bereiche packen. Also zwei von euch kommen zum Hakewegstand, zwei können hier Tischtennis spielen und die restlichen packen wir in die einzelnen Sektoren sozusagen bei den Bierbänken und dann könnt ihr schnacken, Autogramme geben, Settings geben, je nachdem, was ihr wollt. Das alte Fangclub-Weihnachtsfeierformat sieht ja eigentlich immer eher so aus, dass man so ein paar Aktionsstände hat. Das ist jetzt hier in der Form, wollten wir das nicht ganz so machen, sondern wir wollten eher so dieses schnacken und die Möglichkeit der Begegnung geben. Ich glaube, Jenny ist da irgendwo und hat die Lage mit... Ah, Sina ist da. Okay. Ja, Sina, komm doch hoch. Ja, einmal einen fetten Applaus für Sina. Ja, der Fangclub-Weihnachtsfeierformat ist auch am Start. Du hast die Liste, du hast den Plan, du weißt, wen es auch zu Team geht. Und wir schicken dann alle zu den Stationen. Also habt einen kurzen Moment Geduld und dann kommt irgendwer zu euch oder vielleicht auch nicht. Vielen Dank. Okay, dann mache ich das. Also, ähm... Ihr seid ein zweier Team. Und, ähm... Jawohl. Habt ihr Bock, Tischtennis zu spielen? Ja. So, da geht ihr einmal hier vorne hin. Genau, hier vorne links. Also, die Tischtennisplatte steht nämlich einfach so da. Und ihr seid natürlich auch nicht gezwungen, hier einfach die ganze Zeit in eurer Ecke zu sitzen, sondern ihr könnt, ja, Tischtennis spielen, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch auch allgemein bewegen. Ähm, aber ich gucke mal weiter. Dann haben wir einmal das Duo Groove und Hörsen. So. Euch beide schicke ich einmal hier in die Ecke, sozusagen. So, Friedel und Seehahn. Ihr kommt einmal da in den Bereich. So, Weiser und Sternhardt, ihr geht einmal zum Hakebeck-Stand. Bitten Kurt und Bernhardt. So, Bitten Kurt und Bernhardt, es tut mir leid, du bist nicht für Hakebeck vorgesehen. Das musst du vielleicht noch mit Niklas aushandeln, ob du vielleicht da irgendwie mal einen Tausch machen kannst. Ja, das erste Mal, aber es gibt noch mal einen Switch. So, auf jeden Fall, ihr könnt hier hingehen. So, und dann haben wir einmal Füllkrug und Wichmann einmal da hinten in die Ecke. Ja, zudem, die da jubeln. Aber, wie gesagt, ihr seid nicht gezwungen, sitzen zu bleiben. Ihr könnt euch bewegen und hier zum Beispiel spielen hier zwei Leute alleine Tischtennis. Das ist noch nicht euer Ernst. So, kommt mit dem Arsch hoch und bewegt euch ein bisschen dahin. Was ist denn los?